Und das ist das, was ich allen Gründern jetzt auch mal sage, wenn ich mit denen spreche. Zu McKinsey bin ich hingegangen und hab mir gedacht, eigentlich will ich eh nicht hin, ist mir eigentlich scheißegal und bin mit wehenden Fahnen durchgegangen. Du bist als Unternehmer in so einem Nukleus, wo du auf so viele Menschen Einfluss hast, dass es so wertvoll ist und so mächtig ist, wenn du mit dir selbst im Rhein bist, wenn du positiver Energie ausschließt, hat das einen Multiplikator-Effekt, der ist Wahnsinn. Deswegen, wir Gründer, wir können viel verändern. Wir haben so viel Einfluss, die müssen wir ordentlich nutzen. So, liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Frankfurt und stehe wirklich direkt neben dem WeWork. WeWork ist auch der Hauptsitz oder der Geschäftssitz meines Gastes, dem lieben Florian Brokamp. Ganz herzlich willkommen im Podcast-Fulli. Vielen Dank für die Einladung, Marc. Flo, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Eine vielschichtige Frage, ich versuche sie einfach zu beantworten. Ich bin Gründer und CEO von Thinkurance, einer Introtech-Plattform in Frankfurt. Wir haben 120, 30 Mitarbeiter, sind hauptsächlich in Deutschland unterwegs, machen dort eine Kombination aus Marktplatz und Saas-Tool, die vor allem alle großen Versicherer, AXA, Allianz, Zürich und so weiter, verbindet mit allen möglichen Vertrieben, Banken, Maklern etc., die Gewerbeversicherung machen. Du machst das schon seit fast zehn Jahren, unfassbar. Was muss man sonst unbedingt noch für dich wissen? Ich glaube, ich bin mehr als nur, in Anführungszeichen, der Gründer, CEO von Thinkurance. Vor allem war mir eigentlich immer eine Sache wichtig und zwar, dass ich mich als Mensch weiterentwickele und als Unternehmer weiterentwickele. Und das würde ich sagen, es steht eigentlich im Vordergrund von dem, was ich tue. Deswegen alles rundum, habe ich jetzt neu gelernt, das Wort Spiritualität klingt für mich immer sehr esoterisch. Aber dieses ganze Thema Reflexion, persönliche Weiterentwicklung, das ist eigentlich so das, was mich vor allem viel umtreibt. Und das kombiniert mit Unternehmertum und dann kombiniert mit, dass du viele Menschen erreicht. Das ist eigentlich das, was mich begeistert und das, weswegen ich morgens aufstehe. Da rennst du das wirklich bei mir ganz offen in die Türe ein. Das habe ich nicht recherchiert. Ich will das Thema unbedingt vertiefen. Ich muss noch dazu sagen, wir haben es schon nach 18 Uhr, deswegen haben wir gesagt, wir gönnen uns mal ein Bier zum Start. Das ist die neue Tradition. Das ist jetzt die neue Tradition, hatten wir so noch nie. Also auch wenn du ab sofort um 9 Uhr morgens deine Termine machst, dann musst du... Das wird natürlich ein bisschen hardcore, das kann man natürlich nach 18 Uhr ein bisschen besser argumentieren. Aber lass mal einsteigen, ich habe 10 ganz schnelle Fragen für dich vorbereitet, die du bitte ganz intuitiv oder impulsiv mit entweder oder beantwortest. Es beginnt mit Bauchgefühl oder Zahlen, Daten, Fakten. Bauchgefühl. Auf einer Messe volle Meetingagenda oder einfach mal rumlaufen. Volle Meetingagenda. Im Startup Außenminister oder Innenminister. Beides. Müsli mit Teelöffel oder mit Esslöffel. Was ist der große? Esslöffel. Esslöffel ist der große. Klar. Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen. Aktiv zuhören. Delegieren oder selber machen? Delegieren. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Verletzlich zeigen. Chat-Schreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Mittlerweile einfach abschicken. Hat es aber geändert. Es war mal anders. Mittlerweile sehe ich manchmal so Dinge, die ich geschrieben habe und denke mir, oh Mann ey. Ist leider schon draus. Statt dir, dich oder mir. Egal. Rechnung sofort bezahlen oder zweite Mahnung abwarten? Sofort bezahlen. Selbsthärte oder Selbstfürsorge? Good one. Vielschichtig. Beides. Kann eine detaillere Antwort dann noch geben, aber ja. Da kommen wir nachher. Vielleicht ein spirituelles Thema noch mal drauf. Das interessiert mich sehr. Aber ja, ich strangle mich schon. Auf der anderen Seite gucke ich auch schon, dass ich halt irgendwie einen Marathon sehr schnell laufen kann. Und du läufst auch Marathon? Nee, aber vom gedanklichen Mindset. Ja, ich quäle mich schon, aber ich schaue auch immer, dass ich mich kaputt gehe. Naja, sehr gut. Lass mal in deine Geschichte einsteigen. Waren es schon zehn? Das waren schon zehn, ja. Also ich glaube, ich habe keine vergessen. Ich habe das nicht. Keine vergessen. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass du ursprünglich aus der Pfalz kommst und dann irgendwie deinen Weg nach München an die LMU gefunden hast. Was hat dich da in diese BWL-Juice-Richtung getrieben? Ach, also ja, ich bin stolzer Pfälzer, mit der Weinflasche großgezogen worden. Es ist natürlich ganz unpassend, dass wir jetzt ein Tegernseer Bier trinken. Ich weiß, ich habe aber keinen Wein oben. Ansonsten hättest du mich damit noch besser begeistern können. Ich bestelle eigentlich auch immer überall Wein, ob passend oder unpassend. Du trinkst auch gerne Wasser, wenn du mögst. Ja, danke. Und natürlich auch leiden gewohnt als FCK-Fan, Guy Slotten-Fan und natürlich, was man über den Pfälz auch sagt, dieses Treu-Doofe, aber mit viel Stolz dabei, weil es eigentlich eine liebe, total liebe Sache. Und wir haben nicht so einen süßen Schweizer Dialekt, sondern den Pfälzischen. Da kannst du auch singen dabei, ja, und dann wird das auch nützlich. Den kann ich aber nicht ganz so gut mehr wie früher. Warum bin ich nach München gegangen? Ehrlicherweise, weil ich damals einfach nur weg wollte von zu Hause. Ich wollte weg aus der kleinen Provinz, 100.000 Einwohner Kaiserslautern, wollte ich in eine Großstadt und wollte mich einfach abnabeln von Familie und einfach eigenständig sein. Hast du keinen Bock mehr oder Lust auf was Neues? Man muss vielleicht dazu sagen, ich komme aus einem kleinen Caf, sorry an alle, die aus dem Caf kommen, 5.000 Einwohner Otterberg bei Kaiserslautern. Das ist der Otterberg? Ja, das hat Stadtrechte. Eigentlich hat Stadtrechte, aber gut, da sind die Otterberger auch stolz drauf. Und in Kaiserslautern, ich komme aus der Familie von Landarztpraxis und irgendwie die Großmutter hat in einem Generationenhaus mit vier Generationen gewohnt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr konservativ und sehr regional und lokal denkend. Nicht, weil meine Eltern nicht diesen Mindset-Konzert hätten, aber weil sie es nicht kennen. Und ich habe irgendwie in mir schon immer gemerkt, dass da mehr ist. Und dann kam langsam ja auch Internet und dann machst du dann, dein Horizont erweitert sich und ich habe gemerkt, ich muss raus, ich muss mehr aus mir rausholen. Und das war meine Art, das zu tun. Ich habe geschaut, welche Uni ist gut für, ich habe mit Jura angefangen zu studieren. Ich habe dann später das BWL noch parallel gestudiert. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du was, München muss es sein. Und dann hat dich deinen Weg weitergeführt aus den beiden abgeschlossenen Studien, also sowohl BWL als auch Jura nach, ich habe auf LinkedIn gelesen, nach ein paar Praktikas zu den berühmten McKinzys. Was hat dich da angezogen? Hättest du mich drei Monate, bevor ich dort angefangen habe, gefragt, gehst du mal zu McKinsey? Ich habe gesagt, keinesfalls, nie und nimmer. Weil, also erstens war ich mal auf einer Uni-Veranstaltung von denen, das war aber glaube ich gerade Krisenjahre, da hatten die halt irgendwie zwei Brezeln ohne eine Flasche Wasser da stehen. Da habe ich gesagt, was ist das für ein Saftladen? Nicht, weil mir das wichtig ist in dem Sinne, dass ich irgendwie den Champagner da brauche. Aber die waren so unprofessionell, dass ich dachte, Moment, das passt überhaupt gar nicht dazu. Aber, so und dann war ich bei einem Private-Equity-Unternehmen eben als Werkstudent. Und der Gründer dort, der war bei McKinsey. Und der hat mir gesagt, weil ich gesagt habe, ja, vielleicht promoviere ich jetzt irgendwie noch und so weiter, das war ein bisschen blöd. Ja, überleg mir, du promovierst jetzt vier Jahre, fünf Jahre normal an der Uni. Danach startest du irgendwo einen Job und bist mit drei, du weißt eigentlich von gar nichts was. Mach doch McKinsey oder irgendeine Großberatung. Du lernst sau viel, wirst freigestellt, um deinen Doktor zu machen. Und dann hast du dabei Geld verdient. Ist doch viel besser. Das waren gute Argumente. Die haben mich überzeugt und dann habe ich es probiert. Und dann habe ich einen bei Bain, die habe ich gnadenlos durchgefallen. Bei denen habe ich zuerst probiert. Also du hast dich bei mehreren Beratungen beworben? Genau. Bain und das war die erste, bei denen ich war. Und ich habe mich so verstellt. Ich habe mich glatt rasiert und habe gedacht, ich muss jetzt irgendwie so sein. Ich habe in diesen Büchern der Vorbereitung gelesen, was so eigentlich alles sein muss und habe ganz anders gemacht, als ich irgendwie war. Und habe es natürlich nicht geschafft. Und zum McKinsey bin ich hingegangen und habe mir gedacht, eigentlich will ich eh nicht hin. Es wäre eigentlich scheißegal. Und bin mit wehenden Fahnen durchgegangen. Ich habe keine Krawatte angezogen. Ich habe mir den Bart nicht abrasiert, weil den hatte ich zehn Jahre davor nie abrasiert. Und auf einmal hatte ich mich abrasiert für dieses Bewerbungssprechend. Das war natürlich blöd. Und dann dort bin ich einfach hin, war ich selbst und bin mit wehenden Fahnen durch und habe danach auch noch andere Offers bekommen und so weiter, weil ich danach halt einfach ich selbst war. Und dieses Learning ist übrigens auch zum ganzen Thema rund um Selbstfindung und so weiter, war für mich auch wahnsinnig. Ist ein schönes Beispiel für das ganz oft bediente Wort Authentizität, wo man ganz selten weiß, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Aber du hast gerade ein sehr schönes Beispiel dafür gemacht. Was hat dich da abgehalten von nicht direkt was zu gründen? Ich habe es mir echterweise nicht zugetraut. Und das ist so ein bisschen auch wieder, wenn man schaut, woher ich komme. Ich bin sehr spät eigentlich dann mit dieser ganzen Thematik überhaupt erst in Berührung gekommen. Und zwar hat mein Vater die Arztpraxis aus dem Nichts gestampft und mit Großschulden aufgenommen und so weiter. Also klasse, was du als Unternehmer schon noch bezeichnen würdest. Ich fand es auch toll. Aber ich bin nie in dieser Startup-Welt, wenn du jetzt mal so WHU oder EPSA, St. Gallenland schaust, wo es sehr, sehr früh, dass irgendwie ein Thema ist, habe ich das nie erlebt. Und dann habe ich Jura ja angefangen zu studieren. Das ist sowieso schon gleich kein Thema. Und dann kam das nach und nach erst. Und dann habe ich eigentlich nicht gedacht, dass ich direkt nach der Uni das machen will, sondern ich baue mir das für Erfahrungen auf, ein bisschen Wissen, ein bisschen Kapital. Und dann starte ich das. Aber so einen unternehmerischen Wunsch, irgendwann mal was eigenes. Der war schon da. Der war schon da. Der war schon da. Und was war das? Oder wo hast du das zum ersten Mal gemerkt, so ein unternehmerisches Moment? Ich könnte gar nicht genau einen Zeitpunkt nennen. Ich glaube, das ist einfach gereift über die Zeit, dass ich schon immer gemerkt habe, ich bin jemand, der gerne vorangeht. Und ich habe es früher nicht gut gemacht. Ich bin früher oft arrogant rübergekommen und eingebildet, weil ich mich auch nicht selbst gefunden hatte und immer gedacht habe, ich muss jedem zeigen, dass ich irgendwie toll bin und so weiter. Aber ich wusste immer, ich will vorangehen. Ich will was bewegen. Ich will was erreichen. Ich will was schaffen. Und das habe ich bei Beginse gemerkt, wie schön es ist, wenn du halt an den großen Themen arbeitest und Impact hast. Wenn andere daran mitarbeiten. Wenn andere noch daran mitarbeiten. Und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, wer hat mir immer so schön gesagt, der Job-Person-Fit, dann als Gründer und CEO, ist dann halt natürlich nochmal ein ganz krass anderer, wenn du halt auf einmal das verantwortest. Und das hat für mich von heute auf morgen mein Leben total verändert. Es klingt total verrückt, weil ich bin gestartet mit einem Mitgründer und dann hatten wir den ersten Mitarbeiter. Aber irgendwie, als ich eingetragen war als Geschäftsführer im Handelsregister und so weiter, es war von einem Tag auf den nächsten. Ich habe erst mal schlecht geschlafen und dann hat alles geändert in meinem Leben und meinem Kopf. Und das war so eye-opening. Und das war, da habe ich gemerkt, das ist meine Passion. Da muss ich halt irgendwie dranbleiben. Und das war nach deiner McKinsey-Zeit oder irgendwie drei Jahre im Beratungsgame unterwegs? Ja, das war so ein bisschen Overlap, muss man jetzt fairerweise schon auch sagen. Der dann natürlich, der da drin war, war ich verfreigestellt, um meinen Doktor zu machen und habe dann über Inspirationship promoviert. Und während ich über Inspirationship promoviert habe, habe ich viele Unternehmer und Investoren kennengelernt. Und daraus hat sich das dann so entwickelt. Und das habe ich dann erst so ein bisschen nebenbei getestet. Aus dem nebenbei wurde ein, von Anfang an eigentlich sehr viel Vollzeit. Und ich habe meinen Doktorvater immer so ein bisschen vertröstet von mir. Ja, da kommt beim, also kommt demnächst, kommt da wirklich was. Das gab natürlich nichts. Malte, wenn du es hörst, ich bin noch dran. Shoutout Malte. Nee, und wir haben super Kontakte noch. Aber der hat auch mal gesagt, du, wenn das alles so klappt, wie es läuft, dann kannst du Promotion immer noch irgendwann mal machen, wenn du da auf den Bahamas sitzt und Cuba Libre trinkst. Aber ja, so war das so ein bisschen nebenbei. Und irgendwann war dann halt klar, ich muss jetzt irgendwie kündigen und raus. Kannst du diesen Moment beschreiben, dieses Irgendwann wurde aus diesem Side-Ding, was so groß ist, dass es jetzt so seriös und ernsthaft bearbeitet werden muss, dass ich sage, okay, voller Fokus darauf? Ich glaube, der war von Anfang an da, als ich einfach diesen Spirit in mir gemerkt habe. Und das ist auch ein Learning, dieser Job-Person oder Role-Person-Fit. Weil Job-Titel und was weiß ich, alles an sich, Schall und Rauch. Aber Role-Person-Fit, der war halt einfach so mächtig, dass ich irgendwie gemerkt habe, wenn ich mal ehrlich zu mir selbst bin, ich kann gar nicht zurück jetzt. Ich kann es gar nicht anders mehr machen, als diese Art von Setup. Und deswegen war, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann wäre es schon viel früher gewesen. Natürlich hast du am Anfang einfach so ein bisschen auch noch Respekt davor. Was bedeuten das jetzt alles? Meine Eltern haben auch gedacht, oh Gott, oh Gott, der arme Junge, was machst du da jetzt? Jetzt haben wir gerade mal verstanden, was McKinsey ist und wie toll das ist. Das hat jetzt ein Jahr gedauert. Das ist dir gut zu erklären. Dabei konntest du doch ganz gut Slides machen. Ja, ja, die Slides machen. Aber ich habe keinen Beamer gefunden, Sausen. Aber es hat alles dazu geführt, dass dann meine Eltern jemand verstanden haben, oh, jetzt hat er einen tollen Job. Und dann haben sie gesagt, naja, aber das lässt du jetzt Sausen nach diesem tollen, sicheren Job und so weiter. Und dann machst du ein Startup, auch noch einen Versicherungsbereich. Oh Gott, mein Junge. Ja, und jetzt mittlerweile haben sie verstanden, dass es ganz okay lief. Ja, bisher. Aber die haben tatsächlich auch nochmal davor von mir eigentlich gedacht, dass jetzt mein Leben den falschen Weg geht. Ich habe das erste Staatsexamen Jura gemacht und BWL-Abschluss gemacht und habe dann gesagt, ich mache kein zweites Staatsexamen, was ja Referendariat und dann Rechtsanwalt ist. Weil ich gesagt habe, ich werde nie und nimmer Rechtsanwalt. Das will ich nicht werden. Und dann waren meine Eltern auch, oh Gott, du Junge, du machst doch. Und dann kannst du immer noch sehen. Und dann habe ich gemerkt, ich bin schon eher risikoaffiner. Aber ja, und dann das Zweite war halt, als ich den Job verlassen habe und ich kann nicht anders, ich muss die Passion bei mir rauslassen, als Unternehmer sein. Ja, sehr geil. Kannst du dich an so einen Key-Skill aus dieser McKinsey-Zeit erinnern? Etwas, was du in dem Laden gelernt hast, was dich fulminant weitergebracht hat oder von dem du immer noch zehrst? Ja, es sind so viele Dinge. Ich sage immer zu auch jungen anderen Talenten, ich sage immer, also ohne die Zeit wäre ich niemals dort, wo ich jetzt bin. Weil was mir das gebracht hat, ist, ein Key-Ding ist auf jeden Fall auch Work Ethics. Also ich meine, ich habe gelernt, Helm auf und irgendwie Kopf runter und jetzt wird halt einfach, jetzt wird gemacht. Und dann musst du halt eben auch hinsetzen und dann wird halt, und wenn es bis nach so fünf ist, dann wird halt daran geklotzt und dann wird es jetzt fertig gemacht. Also diese Get Shit Done. Das Zweite ist dieses strukturierte Problemlösungsthema. Das ist auch was, das lernst du dort ja rauf und runter. Diese ganze Art, wie arbeitest du damit? Und halt alles rund um, sagen wir mal, klassische Work Skills, wie PowerPoint, Excel. Das sind halt so Standardfähigkeiten, die helfen dir für alles. Kommunikation, ja. Und wahrscheinlich nicht zu vergessen, auch das ganze Thema rund um, wie gehe ich mit jemandem um, der halt CEO oder Vorstand und so weiter ist. Weil ich überlege, ich bin ja dann mit 28, 28 habe ich mich ja dann, habe ich mich ja dann da selbstständig gemacht und in der Versicherungsbranche, die irgendwie alteingesessene, grauhaarige Männer, sorry an alle Vorstellungen der Versicherungsbranche, es ändert sich auch gerade ein bisschen, aber die haben natürlich zu mir geschaut und haben erst mal so gedacht, was will denn dieser junge Typ da? Und durch die McKinsey-Zeit habe ich gelernt, wie muss ich mit denen umgehen, dass sie mich halt wahrnehmen und dass die nicht sofort denken von wegen, ja komm, mal so einen Kaffee kannst du mir holen, aber mehr machst du halt irgendwie auch nicht. Kannst du ein praktisches Beispiel bringen, was steht hinter dem, habe ich gelernt, mit denen umzugehen? Also was hast du dir da antrainiert? Im positiven Sinne den Respekt zu verlieren, aber nicht den Respekt im Sinne von vor dem Menschen, sondern eher diesen negativen Respekt vor der Rolle, vor dem Titel. Weil alles in allem, wir hatten mal jemanden, das fände ich ganz smart, der war in Harvard, hat eine MBA gemacht bei McKinsey und ich habe ihn gefragt, du aber, also was du dort lernst, lernst du auch bei McKinsey auch, warum hast du, also was hast du gemacht? Also der wesentliche Unterschied war, dass ich jetzt das Verständnis, dass ich jetzt glaube, wenn ich es nicht lösen kann, bin ich nicht zu blöd, sondern dann ist es halt einfach irgendwie schwer. Dann kannst du wahrscheinlich die anderen auch nicht. Ja und das, ich fand das im ersten Moment total arrogant, im zweiten Moment habe ich verstanden, was er damit meint und das ist einfach dieses Selbstvertrauen auch in sich und die eigenen Fähigkeiten. Und das ist dasselbe, was du bei dieser Vorstandsdiskussion dann hast, dass du dann nicht denkst von wegen, oh Gott, nur weil da halt irgendwie Vorstand ist und so weiter, weiß der alles besser und so weiter, sondern du kannst trotzdem auch gute Ideen haben und neue Impulse setzen, auch wenn du viel jünger und viel weniger Erfahrung hast. Und ich glaube, mit dieser Mischung aus einer jungen Naivität da reinzugehen, auf der anderen Seite aber auch mit dieser harten Ausbildung, die ich dann in der Beratung gekriegt habe und natürlich im Thema, was gut funktioniert hat, habe ich dann halt mir da mein Netzwerk aufgebaut. Ja, verstehe. Und woher kommt das Suchfeld oder dein Aussuchen? Ich mache jetzt was mit Versicherungen. Hast du primär in der Beratung Versicherungsprojekte gemacht und hast gesehen, wie Steinzeit das da abläuft und hast gedacht, okay, da ist eine Nische? Als kleiner Junge habe ich schon immer von Versicherungen einsteigt. Natürlich, natürlich. Also sagt niemand, niemand. Ich sage das. No one ever. No one ever said this. Es gibt zwei Gründe, wie in der Versicherungsbranche landest. Entweder familiär bedingt, weil deine Familie hatte vorher ein Allianz Versicherungsbüro oder hat dort gearbeitet oder Zufall. Und bei mir war es Zufall. Als ich damals bei der Promotion mit diesem anderen Unternehmern oder Investoren gesprochen habe, da bin ich halt in diese, ich sage jetzt mal diese Goldgräberstimmung der Inchotechs 2015 reingeraten, weil da war ja gerade so ein paar andere große Namen, die dort Clarknip, GetSafe, blablabla, die alle, Financeworks, die alle groß geworden sind. Da war so richtig gerade Goldgräber. Oh, jetzt kommt hier die nächste Welle. Fintech haben wir gerade gemacht. Jetzt machen wir Inchotech als Subsegment von Fintech damals noch. Ich habe mir das angeschaut und habe mir, ja mega cool, da will ich irgendwie dabei sein. Und dann war, da habe ich Investoren gehabt, die gesagt haben, hey, das erste Geld, wenn du das machst, kommt von uns. Die waren aus dem Bereich. Und dann hatten die Kontakt hergestellt zu meinem damaligen Mitgründer, der aus der Versicherungsbranche kam. Und ich habe damals, wenn ich jetzt heute, wenn ich jetzt heute überlege, wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, was ich noch nicht zukommt, ich glaube nicht, dass ich es gemacht hätte. Wer hat diese Naivität und das alles hat mir so gut getan, weil ich bin einfach reingerannt und habe einfach mal gemacht. Aber das ist so schön, dass du das sagst, weil ich erkenne das in meiner eigenen Geschichte wieder, aber auch ganz viele Menschen haben das hier so betont. Da ist so ein großer Wert in dieser Anfangsnaivität, in diesem Nichtwissen. Denn wir haben damals natürlich nicht gewusst, was es bedeutet, eine Lebensmittelproduktion in Deutschland aufzubauen. Spoiler, don't do it. Aber ja, wir haben es halt irgendwie, wir sind halt vom einen ins andere gestolpert. Und irgendwie ist man an den Problemen, die da auf dem Weg passiert sind, ist man gewachsen. Und es hat einem nicht mehr so geschockt wie anfangs. Und da waren am Anfang, ich erinnere mich, ganz, ganz kleine Probleme. Wir kamen, Matthias und ich, mein Mitgründer, wir kamen aus der Bank und wollten einen gesunden Pizzateig herstellen. Und sind in irgendeine kleine Bäckerei reingestolpert, nach einer Foodtruck-Zeit, um das zu machen. Und dann ist uns die Handwerksrolle angegangen, weil wir sind ja gar keine Bäckermeister. Wer seid ihr, dass ihr überhaupt einen Teig machen dürft? Und da hatten wir so, fuck, man, die machen uns ja den Laden zu. Da hatten wir Ultraschiss. Und haben irgendwie einen Weg gefunden, das zur Seite zu argumentieren. Und sind dann zur IHK, also zur Industrie- und Handelskammer, und eben nicht zur Handwerksrolle. Mit einer Argumentation, dass wir ein Industriebetrieb sind und kein Handwerksbetrieb. Und irgendwie so hat man dann ein kleines Problem gelöst. Und da kamen natürlich immer größere Probleme. Also das war irgendwie so der Weg. Wie war das bei dir? Ja, tatsächlich genauso. Wir sind gestartet mit einem ganz anderen Modell, als das, was wir dann jetzt mittlerweile machen. Was war die Idee damals? So ein bisschen Check24 für Gewerbeversicherung. Also ganz, ganz vereinfacht formuliert. Eigentlich ein Online-Makler. Vergleichsportal, Website, Gewerbeversicherung machen und so weiter. Und jetzt sind wir einfach ein, wir sind halt einfach ein klassischer, also klassisch, wir sind halt ein Softwareunternehmen geworden, rein Software, die mit einer Marktplatzdynamik arbeitet und zum Teil Workflow Automation, Infrastructure ersetzt und so weiter. Also ganz, ganz weit weg von, ich bin ein Online-Makler. Und es kam auf dem Weg halt einfach raus. Und ich glaube, das war eine Stärke, die ich damals mitgebracht habe und die einen natürlich am Anfang so dann auch fairerweise aus meiner Sicht am Anfang entscheidet, ob du erfolgreich bist oder nicht. Wie schnell kannst du halt irgendwie dich anpassen an das, was der Markt will. Und das ist natürlich gepaart mit dieser Naivität und mit dieser Leichtigkeit. Das ist eigentlich so dieser Anfangsstartraum. Weil wenn du gewusst hättest, oh Handwerksrolle wäre das Handwerk, ich brauche einen Bäckermeister, dann hättest du wahrscheinlich... Irgendwann gar nicht angefangen. Oder hättest du wahrscheinlich überlegt, okay, dann muss ich erst den Bäckermeister irgendwie machen oder einen noch dazunehmen und so weiter und so fort. Aber dann nimmst du diesen Drive eigentlich weg. Und das ist das, was ich allen Gründern jetzt sage, wenn ich mit denen spreche. Macht einfach mal und learn on the way. Natürlich nicht blöd in die Sachen reingehen, aber dieses MKVM, machen kommt vom Machen, das ist halt so wichtig. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mal auch eine Phase hatte, wo ich sehr mit mir selbst gestruggelt bin, weil ich gemerkt habe, das ist ja abhandengekommen, weil die Leichtigkeit weg waren. Am Anfang, ich weiß noch, wir saßen in einem kleinen Büro, da haben vier Leute gerade so reingepasst. Das war unser Anfangsbüro, in dem wir gestartet sind. Meine erste größere Investition war ein Whiteboard, wo ich die ganzen To-dos der Firma hingeschrieben habe, mit einem Kürzel hinten dran und so weiter. 84 Euro? Genau. Irgendwas, keine Ahnung, wahrscheinlich 80 Euro. Das war tatsächlich das Thema damals. Und zwar super naiv und super Hands-on, aber wir haben es halt einfach dann gemacht. Und dann hier, okay, was brauchen wir, um live zu gehen? Und dieser Spirit davon, diese Leichtigkeit, weil ich hatte nichts zu verlieren. Das ist geil. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass bei mir so richtig dieser Punkt kam, an dem ich gemerkt habe, scheiße, meine Entscheidungen sind halt schwerwiegender. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute oder ich glaube bei 20, bei 50 Leuten, glaube ich, ging es los. Das ist halt echt Relevanz, wenn ich das Ding jetzt vor die Wand fahre, es sind 50 Familien hinten dran, die halt davon jetzt abhängig sind. Ich habe irgendwie Eltern, die ihre Jobs, ihre sicheren Jobs verlassen haben, um ihre Familie zu finanzieren. Und ich sitze jetzt da und ich treffe die Entscheidungen davon. Denke mir, boah. Und da habe ich richtig gemerkt, wie ich langsam werde. Einfach, weil ich mir die, also weil es schwermütiger war. Die Tragweite war einfach viel, viel größer. Ja. Ich kann dem mega nachfühlen. Wir hatten damals, Matthias und Nichts sind gestartet. Es sah wahrscheinlich so ähnlich aus mit Whiteboard und einfach mal machen. Was mir jetzt gerade kam beim dir zuhören und was ich eine spannende Balance finde, ist, du hast ja, oder wir hatten als Gründer so eine gewisse Überzeugung, das wird funktionieren. Und das ist die Idee, die draußen am Markt ankommt. Und jetzt ist ja, wie du gerade betont hast, wichtig, dass man adaptiert, dass man irgendwie guckt, was der Markt wirklich hat. Was der Markt, nicht mag, was der Markt wirklich haben will. Aber das steht ja in dem Dipol zu, wofür man eigentlich mal gedacht hat, angetreten zu sein. Ja. Und unsere Idee war damals, wir wollen das Tiefkühlregal bei Edeka revolutionieren mit einer gesunden Pizza. Die gibt es bis heute nicht, weil wir uns natürlich irgendwo am Markt dann entlang gehangert haben. Aber wie habt ihr es geschafft, von der ursprünglichen Idee ein bisschen loszulassen und das weiterzuentwickeln? Weil es ist ein sehr schwieriger Prozess. Man tritt ja an mit einer Idee, von der man ultra überzeugt ist, die man geil findet, für die man einstehen will. Und das war bei mir anders. Weil ich habe, und deswegen habe ich auch am Anfang betont, ich fühle mich vor allem als Unternehmer, weil ich nicht, sagen wir, Visions- oder Produktgetrieben bin, sondern ich mag halt gerne Dinge erschaffen. Ich mag Dinge aufbauen, entwickeln. Und das macht mir Spaß. Sei ja ein Forscher dann, oder? Ja, und da bin ich halt pragmatisch. Deswegen denke ich, ich kann die tollste Idee haben davon. Ja, natürlich fände ich es auch toll, wenn wir jetzt irgendwie alle uns beamen könnten. Das fände ich mega. Aber ich könnte mich jetzt da hinsetzen, könnte versuchen, ein Beam-Unternehmen aufzubauen, was beamen ermöglicht. Aber wir zum Beispiel am Markt, und fairerweise, das ist ein Beispiel, wird es einen Markt für wahrscheinlich geben. Aber da gibt es wahrscheinlich so viele Themen drumherum. Und es wird unheimlich viel Geld kosten, unheimlich lange dauern. Da müsste ich mich auch anpassen. Und wahrscheinlich wäre es dann halt irgendwie kleine Röhren, wie bei Simpsons, wo du dich von zwischen zwei verschiedenen Orten ganz schnell hin und her boosten kannst oder sowas. Ja, und da würde ich ja auch sagen, lieber habe ich sowas, als dass ich das andere gar nicht umgesetzt bekomme. Da bin ich halt weniger der Romantiker, sondern der Pragmatiker. Wahrscheinlich kann man es so dann definieren. Es gibt ja viele Leute oder viele, die in dieses Gründungsabenteuer reinkommen, weil sie eine gewisse Produktliebe haben. Also so Artists oder Produktverliebte. Du scheinst mir nicht so in dieser Kategorie zu sein. Aber was kannst du von deiner Warte, der das eben so nicht hat, der nicht ein Jahr lang sein Produkt feiert, bis er dann irgendwann mal raus an den Markt geht und rausfindet, okay, das interessiert eigentlich gar nicht so viele Leute. Man müsste es eher adaptieren. Kannst du denen was mitgeben oder was würdest du denen sagen? Also erst mal, vielleicht habe ich da eine riesige Respekt und Begeisterung für Leute, die sich so sehr mit einem Produkt und einem Thema beschäftigen, dass sie ihr Leben dem widmen würden. Und da gibt es ja Leute, das finde ich ja unfassbar, wenn die jahrzehntelang an irgendwelchen Lasern forschen oder was auch immer. Es begeistert mich diese Leute. Ich denke dann immer, was ist der, oder ich will mir immer fragen, was ist denn der Impact davon? Wenn du diese Forschung hast und es steht in irgendwelchen Papern, ist das alles schön, aber wenn da nichts rauskommt, nichts, keine Veränderung passiert, dann ist es, also in meiner Welt zumindest, für die Tonne gewesen. Und es gibt Leute, es gibt Leute, die finden das cool, die sagen, hey, ich habe die Forschung gemacht und ich habe die Paper, gibt es und es wird mir nie jemand nehmen können. Stimmt. Ja, und ich bin halt eher dann auf der Seite, ich will pragmatisch damit was erreichen und wenn es nur kleinere Schritte davon sind auf dem Weg, dann ist es auch okay. Und deswegen, ich glaube, jeder findet sein Setup und jeder muss mit dem glücklich sein, was er ist und nicht jeder will damit einfach reich werden und viel Geld verdienen. Das ist sogar oft, habe ich jetzt auch wieder gelesen, eine Statistik, die ist sogar besser, wenn du das nicht monetär getrieben machst. Habe ich tatsächlich auch nicht, bin auch immer noch nicht monetär getrieben. Aber diese reine Produktverliebheit kann halt dazu führen, dass du gar nichts erreichst, außer, dass du da dran rumforscht und es in irgendwelche Bücher verstaubt. Und das ist dann die Gefahr. Und wenn das für dich fein ist als Person, wenn du sagst, ich bin ein Forscher, mir geht es ums Forschen und es macht mir Spaß, kenne ich auch Leute, ey, tu es. Aber ärgere dich dann nicht, wenn du in 50 Jahren da stehst und sagst, jetzt habe ich 50 Jahre lang da dran geforscht und es steht in irgendwelchen Bibliotheken und kein Mensch hat es an. Ja. Ich bin natürlich gerade hellhörig geworden bei einem Satz, ich bin nicht monetär getrieben von einem Ex-Mackenzie, der ins Unternehmischere reingegangen ist. Was treibt dich denn an? Uns hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, was mich monetär antreibt. Monetär gesteuert heißt, ich renne jetzt nicht dem Geld einfach nach. Das ist für mich eine Begleiterscheinung, die ich gut finde, natürlich, und die ich mag, weil sie für mich Freiheit bedeutet. Ich möchte die Freiheit haben, zu sagen, ich gehe heute Abend in ein schickes Restaurant oder zu McDonalds. Heißt nämlich nicht, dass ich nicht zu McDonalds gehen kann oder will, weil es ist auch trotzdem noch da irgendwas bei McDonalds, aber ich will es halt entscheiden können. Und das ist für mich schon auch so das Thema meines Lebens eigentlich Freiheit. Und das ist für mich ein Teil davon. Der macht mich glücklich und deswegen ist der monetäre Anteil natürlich immer dabei, aber der ist jetzt nicht mein Kerntreiber. Freiheit ist ein Treiber, dazu gehört es unternehmerisch dazu. Und das andere ist, was gestalten, was zu verändern, einen Impact zu haben. Und deswegen hat mir auch immer viel Energie gegeben meine Mitarbeiter, das Unternehmen selbst, der Markt. Ich bin als CEO, es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen von CEOs, ich bin vertrieblich geprägt als CEO, auch wenn ich, ich würde immer meine Rolle bezeichnen, also ich kann alles und nichts. Ja, von allem kann ich ein bisschen was, aber nichts komplett. Also ich kann bei Produkt und Finance und whatever überall irgendwas mit reinreden, aber ich kann es jetzt nicht mehr ins Detail machen. Dasselbe da. Mir gibt es viel Energie, mit Leuten zu sprechen, einen Markt zu bewegen, Unternehmen zu bewegen, Leute von der Vision zu begeistern. All diese Themen, das ist das, was mich prägt, was mich bewegt und die monetäre Komponente muss natürlich so dazu passen, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dass es für mich eine Art von Gegenwert des Impacts, muss man so sagen. Aber es ist nicht mein einziger Treiber. Dann hätte ich ganz viele Entscheidungen auch anders getroffen in meinem Leben und auch in meinem Unternehmen, was Mitarbeiter angeht, Mitarbeiterführung angeht. Da kannst du auch sehr monetär getrieben sein. Habe ich nicht. Aber es gibt ja auch, wenn ich dir zuhöre und das mit meiner eigenen Erfahrung spiegelt, gibt es ja auch eine gewisse Ironie mit dem Thema Freiheit und Unternehmertum. Ich erinnere mich, wir sind gestartet im Wunsch, Selbstwirksamkeit zu erleben, sind dann von einer Finanzierungsrunde in die andere gestolpert, sind über die Zeit am Cap-Table verwässert worden, hatten Investoren mit an Bord und irgendwann merkt man, so die angestrengte, die angedachte Freiheit ist eigentlich gar nicht mehr so groß. Wie ist das bei dir? Oh, da triffst du gerade einen Punkt, an dem ich jetzt wahrscheinlich ganz, ganz lange erzählen könnte. Weil ich letztes Jahr gelesen habe, dass sie eine 22 Euro in der Runde gemacht haben. Ja, also an alle Gründer da draußen, die Investoren natürlich immer gerne, dass Gründer first und Gründer sind ihnen so wichtig, ganz ehrlich, die sind, also Gründer, ihr seid, wir sind Mittel zum Zweck, um Geld zu vermehren. Die sind nämlich sich selbst verantwortlich und ihren Investoren, aber nicht dir als Gründer. Und das ist, das habe ich jahrelang selbst naiv geglaubt, dass die sich um mich kümmern, die kümmern sich den Scheiß dringend um mich. Ja, und dann, wenn ich alleine schon höre, dass der Gründer diskutieren über irgendwie Gehalt und was auch immer, ja, und hier kann ich da jetzt eben noch 5000 mehr und was auch immer und so weiter und dann die sind so, wo weiß ich nicht und so weiter. Dann denkst du, das soll ich mich eigentlich verarschen. Und im Endeffekt, dann, ja, wir haben mal so viel für das Unternehmen getan. Das gehört ja auch zum Großteil mittlerweile dir, weil die Investoren, wenn du lange genug verwässerst und groß genug bist, dann ist es ganz natürlich, dass der Großteil halt den Investoren gehört, aber dementsprechend, wenn du überlegst, du sparst 10.000 Euro unten beim EBIT da, weil du 10.000 weniger Gehalt nimmst, ja, und zu, keine Ahnung, 80 Prozent gehörst du anderen Leuten, dann sind da 2000, also 8000 Euro, die du denen sparst. Also, das ist halt so ein, das ist dann so eine, ja, das ist dann so eine Scheinwelt, wir kümmern uns nur um die Gründer und so weiter, das ist ihnen egal. Wenn deine Zahlen gut sind, finden sie alles toll, wenn deine Zahlen schlecht sind, lassen sie sich fallen. Das ist halt einfach so und ich habe da so viele Sachen jetzt auch wieder gehört, wo sie auch kurz vor knapp dann noch Sachen nachverhandelt haben, Investoren, weil sie da am Drücker sind. Und die Bewertung nochmal gedrückt wurde. Bewertung nochmal gedrückt, nochmal irgendwo eine Klausel rein, nochmal da den Gründer gedrückt und so weiter, aber alles für die Gründer und so weiter, das ist halt Bullshit. Auf der anderen Seite und nach der Szenen alle Gründer da draußen, es wird gerade an so vielen Stellen massiv Cap Table nachverhandelt, auch in Richtung Gründer, weil der War of Talent hört nicht bei uns als Unternehmer auf, sondern da ist er noch schlimmer, weil diese Investoren brauchen auch Leute wie uns hier, deren Geld vermehren. Aber, da gibt es nicht so viele und vor allem nicht so viele Gute. Deswegen macht es, geht zu euren Investoren, fragt nach, sorry an alle Investoren, aber geht nicht so weiter. Es ist ja am Schluss ein Gestaltungsinstrument, was man ja auch nutzen kann, was natürlich ein bisschen Mut in der Konfrontation braucht, aber was hat das bei dir mit der Motivation gemacht? Ich erinnere mich, als Matthias und ich angefangen haben, 50-50 haben wir, haben wir agreed und dann kam, wir haben irgendwie so einen Mentor kennengelernt. Der war bei unserem Foodtruck, der fand uns irgendwie super lustig, wir haben ultra viel mit dem gesprochen und irgendwann hatten wir so ein Gefühl, okay, wir müssen was mit dem zusammen machen und der hat damals 2016, im Januar 2016, hat der 60.000 Euro in eine zugründende Lizza GmbH reingeschmissen und dafür 10% bekommen. Da kam schon erste so Diskussion, aber jetzt gehört es ja nicht mehr so ganz, uns, also jetzt ist ja irgendwie so ein Dritter an Bord und dann ein paar Monate später waren wir Höhle der Löwen, dann kam Thelen und Marshmire dazu, die haben auch ein paar Prozente genommen und es ist nicht so, dass wir einen völlig unübersichtlichen Cap-Table hatten, aber da waren dann schon irgendwie so ein paar Parteien dabei und dann ist es einfach nicht mehr so ganz dein eigenes Unternehmen und das war jetzt bei uns, wie soll ich sagen, ein bisschen übersichtlich, deswegen hat das mit der Motivation nicht so viel gemacht, aber es gibt ganz viele Geschichten, wo Gründer echt relativ tief verwässern und nachher nur noch einstellig Prozent am Unternehmen halten. Was macht das mit der Motivation? Also kann viel machen, es kommt alles so ein bisschen drauf an, wie du das lebst, wie du dein Unternehmen lebst, wie auch der Incentive dann noch gestaltet ist grundsätzlich. Ich meine, es gibt ja verschiedene Kombinationen aus dem Incentive-Package, es gibt Leute, die sind sehr davon getrieben, dass sie sagen, mir gehört sehr viel, dafür ist ein kleineres Unternehmen auch okay und ein kleines Gehalt. Es gibt welche, die sagen, ein sehr großes Gehalt ist gut, dafür nehme ich auch ein kleines Prozent, dann gehst du immer mehr Richtung Manager. Es ist zwangsläufig, je größer das Unternehmen wird, desto mehr hast du im Zalt für abgegeben und desto mehr wirst du Manager, auch von deiner Art her, deiner Arbeit. Also ich glaube, da gibt es Mittel und Wege, dass unterschiedliche Typen unterschiedliche Präferenzen haben, ich glaube, das ist auch okay. ich glaube, es kommt auf dein Verhältnis mit den Gründen, mit den Investoren an und ob du das Gefühl hast, die leisten einen Mehrwert. Weil, was ich jetzt auch oft dann mitbekommen habe oder gesehen habe, das Problem entsteht immer dann nur, wenn du Dinge unfair findest. Und wenn du sagst, jetzt habe ich hier dem 10 Prozent gegeben, aus deinem Beispiel, und der macht eigentlich nichts, ja, warum hat man eigentlich 10 Prozent? Ja, ein bisschen Cash reingeschmissen. Ja, genau, aber so, und dann kommst du da hin und ich glaube, dass als Gründer hast du dann auch ein Gespür dafür, von wegen, ist das jetzt einer, der macht mir mein Leben leichter und hat 60.000 reingeschmissen zu einer Zeit, als wir es gebraucht haben, weil er sich gekriegt und was auch immer und so weiter und so fort, dann hast du eine gewisse Berechtigung. Die Berechtigung ist aber, über eine gewisse Dauer wird dir halt immer relevanter und wenn der dann immer noch 10 Prozent hat, nachdem du 10 Jahre lang das aufgebaut hast und irgendwie da dann nur 10.000 Euro im Jahr verdient hast und Wasser eben und so weiter und so fort und der Exit dann für 100 Millionen und der kriegt davon halt dann 10 Prozent, dann denkst du schon auch, hm, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so fair war, weil ich habe jetzt jahrelang dafür halt irgendwie hart zurückgesteckt und der kriegt jetzt so einen großen Payout. Ja, der hat am Anfang da eine gute Entscheidung gemacht, aber on the way hat sich das eigentlich schon auch wieder verschoben. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist auch das, was ich auch bei manchen Gründerdynamiken sehe, du hast eben die 50-50 aufgeteilt und der eine gibt richtig Gas, ist sau wichtig, baut Sachen auf und nach ein, zwei Jahren, der eine kann halt noch mithalten, der andere entwickelt sich so ein bisschen anders und passt eigentlich nicht mehr so richtig rein und da geht irgendwann raus und so weiter, hat immer noch 50 Prozent und dann stehst du da und denkst dir, hm, wer treibt jetzt eigentlich das Pferd, ja? Und das ist dasselbe mit Investoren, wenn du das Gefühl hast, ja, die haben ja mal Geld reingeschickt, ist auch alles gut, ja, aber was ist denn jetzt über eine gewisse, wenn du jetzt in Vogelperspektive schaust, doch ein paar Jahre, was ist denn dann jetzt noch der Wert danach irgendwie gewesen und verschwimmt dieses einmalige, ich habe da mal Geld reingelegt, verschwimmt über mehr und dann wird es unfair in deinem Kopf und dann denkst du dir, das ist scheiße, das ist inzentiviert, bin ich nicht mehr motiviert. Und dann hast du, da gehst du halt mit dem Scheißgefühl ins Office und ja, das, ich meine, das provoziert dann ganz viel, unter dem Tag passiert ganz viel Stress und wenn so das, das Grundgefühl, mit dem du ins Office reingehst, also durch das du alles siehst, ohnehin schon so ein bisschen negativ geladen ist, dann eskalierst du dann einfach viel schneller. Ja, und das, was dann aber noch, ja, total, und es gibt ja dann auch so ein anderes Thema, das ist, was du bei McKinsey, wo auch immer, immer so klassisch siehst, du bist ja dann gefangen in deiner Bubble deines Unternehmens und da ist alles gut, weil die Leute um dich rum, es macht ihm nicht Spaß, du bewegst Sachen und so weiter und dann nimmst du den Schritt zurück und dann schaust du da drauf und dann hast du wieder so Themen und dann denkst du dir, hm, Ruf, weiß ich nicht. Ja, und das ist dann das, was dich dann frustriert und dann sagst du, wie bei McKinsey, beziehungsweise immer, oh ja, naja, aber jetzt noch irgendwie ein paar Jahre buckeln und dann irgendwann mache ich mal ein bisschen weniger oder, naja, hier, ja stimmt, da sollst du mich mal drum kümmern, dass ich da irgendwie nochmal ein bisschen, schaue, dass das Package ein bisschen besser, fairer verhandelt ist oder sonstiges, aber zweifelsvoll lässt du das dann halt ein, zwei, drei Jahre liegen und viele Investoren, für die ist es natürlich toll, ja, die zögern das dann raus, habe ich genug Beispiele davon, die einfach sagen, ja, ich lasse das mal laufen, weil ich muss mich aktiv nicht drum kümmern, wenn er was will, kommt er ja zu mir und dahinter verstecken die sich halt und als Gründer wünschst du dir ja eigentlich, dass jemand sich um dich kümmert. Proaktiv, holst du dir selbst oder es kommt nicht und dann dürfen die auch nicht eingeschnappt sein, weil umgekehrt passiert es ja auch nicht. Aber die sehen ja alle nur ihre eigenen, ihre eigenen Deals und ihre eigenen Incentives dann irgendwie schwinden, aber im Endeffekt sind es Fondsmanager, sind risikoaverse Fondsmanager, kannst du das Risikokapital rausstreichen bei 95 Prozent bei 95 Prozent aller Investoren, die wir da draußen haben Deutschland. Ja, du bringst auch ganz viele Geschichten in mir hoch, ich erinnere mich an Gesellschaft der Calls und irgendwann hast du das Gefühl, wollt ihr eigentlich in Deutschlandaktien investieren, aber habt jetzt irgendwie Startups ausgewählt und nehmt die gleiche Risikokomponente, das geht doch nicht. Aber jetzt, ohne eure Details zu kennen, Gründeraufteilungen und so weiter, gibt es etwas, was du rückblickend ganz anders gestalten oder strukturieren würdest? Captain Heinzeit, im Rückblick ist man ja immer schlauer. Ich habe jede Menge, ich glaube, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit quasi so viel davon erzähle, aber sucht euch in, also ich würde es von Anfang an anders strukturieren und ich würde von Anfang an noch mehr auf dann Markt und Feedback hören, auch was so Aufstellung der der Gesellschaft der Strukturen und so weiter angeht. Das würde ich ganz, ganz, ganz anders machen, als es jetzt war und ich würde einfach viel mehr auch darauf achten, dass dann eine Ausgewogenheit dann stattfindet. Ja. Ja. Ich lasse es an der Stelle. Alright. Ich habe vorhin noch ein spannendes und einen spannenden Aspekt von dir gehört zum Thema Manager und du bist jetzt heute irgendwie mit einem Gefährt unterwegs, mit 120 Leuten, aber ihr habt mal ganz klein angefangen. Wie hast du dich… Wir waren auch schon mal größer. Ja, genau. Ihr wart auch schon größer und habt das Boot dann wieder ein bisschen schrinken müssen, aber wie ist es dir in deiner Rolle ergangen, die sich so gewandelt hat vom ursprünglich mal Gründer hin zum jetzigen Manager? Weil das etwas, ganz ehrlich, aus eigener Perspektive, was sich ganz unangenehm angefühlt hat, weil ich meine zu Hause eher im Gründertum und weniger im Manager-Tum verorte. Wie ist das bei dir? Ja, das ist ein unheimlich spannender Punkt, weil ich habe beides in mir. Mir macht das Manager-Sein Spaß, weil ich einfach dann sehe, wie viel, sagen wir, Multiplikation du hast über verschiedene Abteilungen, über Teams. Wenn ich jetzt da hochgucke und da sitzen 120, 30, 40 Leute, dann weiß ich halt immer, da passiert was, auch wenn ich jetzt hier sitze und mit dir Podcasts mache. Da weiß ich, da sind andere Leute, die auch den Karren ziehen. Das bin nicht nur ich, auch wenn ich weiß, dass ich da wichtig bin, um da voranzugehen, aber da passiert was und da merke ich, der Hebel ist größer. Auf der anderen Seite habe ich diesen Zauber, wie du vorhin auch genannt hast, von dieser Anfangszeit, diesen, hier was Neues starten und du baust was auf und so weiter, den finde ich auch total, der begeistert mich auch total. Ja und deswegen, da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust zwischen dem, naja, ein großes Rad drehen, als auch als Unternehmer versus halt eben ein sehr schnelles, kleines Speedboat fahren. Ja und das, ja und das ist eine Veränderung, die in einem selbst auch stattfindet, die in seiner Rolle stattfindet. Das ist vom Gründer zum Manager ist einfach eine ganz, ganz spannende Journey. Ja, also spannend ist ein ganz schönes Wort dafür, aber es ist auch ein, ich fand es eine verdammt harte Journey. Oh ja. Weil das, ich bringe ganz oft ein Beispiel, weil mir das so, weil sich das so eingeprägt hat bei mir. Ich habe eine ganz stark kreativ-gestalterische Gehirnhälfte und die lasse ich auch gerne ausleben und so die Lizza-Logos, ersten Flyers, Grafiken und so weiter, das kam alles aus meiner Fäde und das habe ich so als meine Bastion erachtet und irgendwann kamen halt so, keine Ahnung, Mitarbeiter, drei, vier, erst in der Produktion, dann so ein bisschen in der Verwaltung und irgendwann kam so eine Praktikantin als Designerin rein und die sollte dann das übernehmen, was ich vorher gemacht habe und ich war einfach überhaupt nicht happy mit, wie die das gemacht hat und habe die zurück zitiert und warum der Gelbton, das geht doch gar nicht und wie kommst du darauf, diesen Störer rechts oben zu machen, sieht doch ultra scheiße aus und dann ist mir mein Mitgründer Matthias richtig an den Karren gefahren, dass ich mich endlich von diesem Thema lösen muss, weil es einfach so viel gewichtigere Dinge zu bearbeiten gibt, als ob jetzt diese Kampagne den Störer rechts oben oder links unten hat und ich habe ganz viel lernen müssen, loszulassen und auch mit 80 Prozent von anderen zufrieden zu sein, um meine Hebel stärker bedienen zu können und auch einen stärkeren Wert auf gute Briefings zu legen, dass die Menschen, die Aufgaben übernehmen sollen, auch die Erwartung erfüllen können, weil sie die Erwartung verstehen und auch nicht demotiviert waren, gegeben mein ständiges Micromanagement, sondern Raum hatten, ihre eigene Verantwortung zu übernehmen. Kannst du so ein paar Beispiele aus deiner eigenen Geschichte reflektieren, wie du das gemacht hast? Es ist total spannend. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe kein Problem mit Delegieren, weil ich vom Typ her auch nicht dieser, ich bin halt ein Generalist. Ich kann mich um 9 Uhr bis 9.30 Uhr über irgendwelche Buchhaltungen, IFRS, Buchungssachen unterhalten in Finance, kann von 9.30 bis 10 über den Tech Sprint und irgendwelche Product Reviews nachdenken. Danach kann ich irgendwie Sales machen und dann mit Investoren Verträge verhandeln. Das macht mir auch Spaß, weil ich überall was verstehe davon, aber im Detail halt, es macht mir keinen so richtig Spaß, das dann alles zu machen. Und da gibt es Leute, die können das viel besser. Und das habe ich halt sehr, sehr schnell gemerkt. Und das waren für mich eher die Game Changer, wenn dann Leute kamen, die es gemacht haben. Und dann war für mich relativ schnell klar, es ist okay, wenn die halt 80 Prozent von dem machen, wie ich es jetzt machen würde, das ist auch okay. Aber da musst du halt irgendwie besser guiden und steuern. Und da habe ich das eigentlich optimiert, dass der in 80 Prozent näher an die 100 Prozent von mir kommt. Das ist ein Abling. Und deswegen für mich, wenn ich jetzt auch an mein Umfeld schaue, ich meine, du hast Janina vorhin kennengelernt, viele Grüße an dieser Stelle, da hast du nicht kennengelernt, du hast Tim kennengelernt, mein Co-Gründer, der war für mich game-changing, als der dazukam, weil der alles verkörpert, was ich halt irgendwie nicht habe. Der ist eines schlauesten Menschen, den ich je kennengelernt habe. Der kann ins Detail und der macht das alles dann und ruckelt das alles runter. Der versteht alles. Es ist Wahnsinn. Und wir ergänzen uns dann manchmal gut. Patrick, der hast du jetzt nicht kennengelernt, der ist meine rechte Hand da bei allem. Das sind für mich Game Changer, da will ich gar nicht mehr weg von, dass ich solche super schlauen, tollen Menschen um mich habe. Mit denen ich zusammen so eine Ökosystemeinheit bilde, mit der ich einfach wahnsinnig viel erreichen kann. Und deswegen habe ich nie dieses Problem gehabt von, oh, ich will es nicht delegieren. Ich habe eigentlich nur immer wieder dieses Positive gemerkt von, oh, wenn ich jetzt jemanden habe, mit dem ich zusammen da irgendwie was gestalten kann, dann ist nicht eins plus eins zwei, sondern zwölf. Und das ist für mich so mächtig gewesen, dass ich dieses Thema relativ schnell aus dem Kopf hatte. Das heißt, bei euch war das Thema auch Aufteilung, Resorts. Wer übernimmt was? Wer hat welche Schwerpunkte? War das relativ easy? Nicht in allen Bereichen. Aber zumindest zwischen Tim und mir war es immer relativ klar. Es gibt mein anderer Co-Gründer, Chris. Da sind, wir sind beides vertrieblich angehauchte Menschen. Ich glaube, da hast du eher dann mal Überschneidungen, die du dann halt auflösen musst. Aber das passiert klassischerweise in so einem Start-up-Setting, wo du dich so schnell veränderst. Auch als Mensch in deinen Endzwanzigern, Anfang Dreißigern, passiert so viel mit deinem Leben. Ja, und dann musst du auch für dich selbst finden, was will ich denn eigentlich? Was ist meine Rolle? Was sind meine Stärken? Was kann ich irgendwie machen? Wo will ich hin? Was machen die anderen daran? Und das alles, diese Selbstfindung in so einem schnell, fast-moving, dynamic, und so weiter. High Pressure. High Pressure on top. Dass da mal die Funken fliegen, ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber auch das alles hier mitbekommen, weil der Kern von allem ist ja, du willst ja alle dasselbe und du suchst dir im besten Fall Leute aus, die das Herz am rechten Fleck haben. Und das war für mich das Allerwichtigste. Ich liebe die alle, auch wenn die Funken dann mal sprühen. Und bei manchen ist es halt leichter, weil du weniger Reibung, zumindest rein thematisch hast. Aber grundsätzlich hast du eine große Gemeinschaft. Und das ist für mich der Kern gewesen. Jetzt ohne die Wachstumsreise von Thinksurance, von irgendwie ganz wenigen Leuten, auf mittlerweile irgendwie 120, 30 durchzugehen, kannst du so ein Highlight oder ein Und, nicht Oder, sondern Und, ein Highlight und ein Lowlight nennen? Was habt ihr in diesem Scale-Up unfassbar gut gemacht? And where do you suck? Oh, das sind viele. Aber ich breche es runter auf eins. Was wir gut gemacht haben, ist, wir haben die einmal nach außen bezogen. Wir haben den Markt und die Branche gut verstanden und uns gut vernetzt, weil wir immer eine gewisse Kultur, auch im Unternehmen, aufrechterhalten haben, die dazu passt. Beispiel, die Branche tickt sehr nach Handschlagqualität. Und das war was, was wir von Anfang bis Ende durchgehalten haben, dass wir versucht haben, nur Leute reinzubringen, die diese Handschlagqualität haben. Was steckt dahinter? Mit mir brauchst du keinen Vertrag schließen. Wenn wir zwei jetzt sagen, von wegen, morgen gründen wir die Let's Think Schöns GmbH 2.0 und wir geben uns jetzt die Hand drauf, dann machen wir das. Dann brauchst du mich nicht daran erinnern, dann machen wir das halt einfach. Oder ich rufe dich an und sage, du, Marc, wir müssen darüber reden, was auch immer, und ich bringe eine andere Lösung mit. Aber ich bin immer ehrlich zu dir und du weißt, du kannst dich darauf verlassen, wenn ich dir irgendwie was sage. Und das ist für mich Handschlagqualität. Die habe ich mir immer vorgenommen, dass ich dir halten will. Und auf der anderen Seite können es Leute halt, also will ich mich auf andere Leute auch verlassen. Und das ist ja wieder beim Thema Investoren. Keiner kümmert sich um dich, aber du sollst dich um sie kümmern. Wer kümmert sich um mich? So, und das ist für mich so extrem wichtig und das ist für das Unternehmen, ist das als Kultur weiterhin da geblieben. Das haben wir gut gehalten über die Jahre. Und dann hat sich das auf die Branche und auf unser Netzwerk in der Branche, wir sind da halt einfach im Gegensatz zu den meisten anderen Inchotexts, die es leider nicht mehr gibt, sind wir halt noch da, weil wir diese Vernetzung in die Branche reingeschafft haben. Dadurch auch. Sehr eng verbunden eben mit dieser Kultur. Was haben wir nicht so gut gemacht? Och, auch so viele Dinge, früher könntest du so viele Fuck-Up-Nights machen. Können wir drei weitere im Podcast zu machen? Ja, drei weitere im Podcast zu machen. Ich glaube, was haben wir nicht gut gemacht? Wir haben an vielen Stellen wahrscheinlich zu viel Jugend forscht gespielt. Und das musst du in gewisser Hinsicht machen, weil du willst ja, gerade in dieser Branche wie der Versicherungsbranche, die ist so verkrustet und alt ist, willst du ja, wenn du dort Leute aus so einem Konzern rausnimmst, die verbrennen ja normalerweise dann sofort dort, wenn sie zu lange dort waren. Wenn sie zu jung sind, oder wenn sie jung sind, dann haben sie im Zweifel nicht so viel Erfahrung und machen deswegen halt Fehler, wo du sagst, das habe ich woanders halt irgendwie schon x-mal gesehen. Und ich glaube, wir haben an vielen Stellen einfach Fehler gemacht, die wir hätten vermeiden können, wenn wir es ein bisschen im Werfer erfahrener gewesen wären. Also viel juniores Publikum, was halt reinklotzt, aber viele dumme Fehler machte. Sehr vereinfacht von mir, ja. Ich glaube, das würde ich jetzt anders machen, aber ich bin ja mittlerweile auch einfach Start-up erprobt und würde viele Dinge selbst ja anders machen und anders aufsetzen. Ich würde so viele Fehler nicht mehr machen. Deswegen verstehe ich, auch mittlerweile, warum Investoren Serial Entrepreneurs oder Mehrfachgründer suchen, weil die sagen, hey, die Fehler, die du da gemacht hast, die waren echt teuer, die machst du im Zweiten nicht mehr. Ja, was ja in den Staaten eine ganz schön und gut gelebte Kultur ist, weil da weniger Versagertum herrscht, oh, der hat was gefehlt, oh, der ist irgendwie in die Wand gefahren, sondern, ah, okay, die Dummheiten machst du beim zweiten Mal nicht mehr. Genau, die haben wir in Deutschland nicht. Da willst du Serial Entrepreneur, der schon super geil geexit hat, andere Investoren schon mal reich gemacht hat, unabhängig davon, ob er selbst damit was hatte, davon was hat oder nicht. Beim Thema wer kümmert sich um die Gründer. Ja, aber hauptsächlich hat er dir einen anderen Fondsmanager reich gemacht und dann kann der Michael jetzt auch reich machen. Das ist ja das, wie die da draufschauen. Und das ist, ja. Wir haben ganz am Anfang des Gesprächs haben wir so ein paar Wörter Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung fallen lassen. Da würde ich gerne darauf zurückkommen und habe mich gefragt, du machst das jetzt seit gut zehn Jahren, ThinkSurance. Wie hast du das durchgehalten? Das ist eine sehr gute Frage. Frage ich mich auch immer wieder. Aber heute, ich habe heute mich mit einer Dame unterhalten, die habe ich das letzte Mal vor zwölf Jahren gesehen und die meinte, Flo, du hast dich ja wirklich gar nicht verändert. Und da habe ich so, nach meinen Geheimratsecken geguckt und habe gedacht, sieht man die in der Kamera einfach nicht. Und dann hat sie so, nee, du hast dir deine Positivität beigehalten und ich finde auch äußerlich nicht. Ich dachte, das ist doch mal toll. Sie hat mich am Ende meines Studiums, habe ich das letzte Mal gesehen gehabt. Deswegen, toll. Ich glaube, wie habe ich das durchgehalten? Ich habe es immer, also ich bin gesehen, ich glaube, ich habe ein paar Grundvoraussetzungen. Ich bin gesegnet mit einem hohen Maß an Energie. Ich bin ein grundpositiver Mensch. Ich stehe morgens auf und bin erst mal glücklich. Da muss eigentlich, ich meine, Default ist nicht, ich stehe auf und bin neutral. Da muss irgendwas passieren, dass ich glücklich oder traurig bin. Die Default ist glücklich. Da muss schon echt was passieren, dass ich traurig bin. Das hilft. Das hilft sehr. Dann war ich immer sportlich. Dadurch habe ich halt viel auch körperliche Energie. Ich habe jetzt durch, ich habe jetzt auch mal so ein Fitbitband quasi, Fitnessband. War heute Morgen im Crossfit. War heute Morgen im Crossfit und da merke ich, mein Schlaf ist qualitativ gut. Es zeigt mir dauernd, dass ich irgendwie Sleep Depth hatte. Also ich muss mehr schlafen. Surprise. Das war ja zehn Jahre. Aber auf sich ist die Schlafqualität gut. So und ich glaube, diese Grundvoraussetzungen helfen und dann, ich glaube, was ich jetzt auch anders machen würde, was ich jedem Gründer mitgeben kann, ist, schau, dass du dir andere Anker setzt. Was meine ich damit? Die Balance in deinem Leben muss stimmen. Es gibt genug Leute, die sagen so, und jetzt buckel ich da noch zehn Jahre irgendwie rein und wenn dieses Thema abgehakt ist, dann kann ich mich um meine Gesundheit kümmern. Da habe ich ganz viele, ich war letzte Woche bei den Unternehmertagen am Tegernsee, ist auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, ein ganz tolles Event und da ging es auch viel um dieses Thema, wenn dann. Ja, jetzt mache ich, ich kümmere mich erst mal um das alles Finanzielle und danach kann ich mehr tun. Das ist so ein Quatsch, weil die Zeit gibt dir keiner mehr zurück und dann hast du im Zweifelsfall auch zu spät. Da gab es auch Beispiele von Leuten, die dann gemerkt haben, gesundheitlich und was auch immer. Da denke ich so, oh, ja, toll, was hast du denn jetzt irgendwie gemacht? Und ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, gut gemanagt in den letzten acht, neun, zehn Jahren, dass ich eigentlich immer eine gute Balance gehalten habe, dass ich eigentlich immer gesagt habe, wenn das jetzt so weitergeht, dann könnte ich es auch noch 40 Jahre machen. Und das habe ich mich schon auch immer gefragt. Es gibt natürlich immer Phasen, wo es mal nicht so war, aber eigentlich war das immer so die Balance, die ich irgendwie finden muss. Meine nächste Frage wird ja sein, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, Sport, was ist dir selbst wichtig? Dein Umfeld, mit welchen Leuten beschäftigst du dich? Nicht nur Leute in der Arbeit, nicht nur den ganzen Tag in der Arbeit sitzen, auch mal rauskommen. Ich bin viel mit Freunden auch irgendwie gereist. Ich bin sonst auch mit Sport, habe ich da meine Themen gemacht. Einfach Dinge, die mich rausreißen aus dieser Welt, die dich sonst so einnimmt. Und das habe ich vor den letzten zwei Jahren zum Teil schlecht gemacht. Ich bin nämlich zu sehr nur in diesen Ortec-Branche zerbricht, Survival-Mode und wir müssen jetzt irgendwie da gucken und hat sich alles nur darum gedreht. Und deswegen hat mich auch jeder kleine Fiesel-Unterschied, der da passiert ist, der hat mich richtig aus den Seilen gehoben, wo ich jetzt sagen muss, jetzt bin ich wieder viel mehr ausgeglichener, weil ich halt auch viele andere Freunde jetzt noch habe außerhalb von Thinksurance und Themen und Finanzen und was auch immer, die mich alle davon abhalten, dass ich jetzt nur darauf fokussiert bin, weil dann kannst du dich nicht so emotional distanzieren. lösen hast. Ja, weil ja auch die Identität dann zu stark mit dem Ding ist. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Das macht ja die Gründe aus, dass sie für Dinge brennen. Aber im Endeffekt sitzt du dann da und dann kommt einer und dann kündigt ein Mitarbeiter. Wie mich das früher aus den Bahnen geworfen hat. Wie kann der Mitarbeiter aus meiner Vision, aus dieser gemeinsamen Story, die wir haben, wie kann der dann da jetzt gehen? Ich habe es persönlich auch froh zum Teil wahrgenommen. Das ist natürlich Quatsch, weil jeder Mensch ist anders. Ich kann ja mittlerweile ganz, ganz anders mit umgehen, aber früher war es nicht so. Oder jetzt haben wir den einen, der eine Partner hat gekündigt. Oh Gott, hier, da brechen unsere Umsätze weg und so weiter. Mittlerweile, also komm, entspann uns und schau mal, es geht schon, es geht weiter, wir finden immer eine Lösung und so. Das hat einen alles früher viel mehr runtergebrochen und mittlerweile sagst du ja, das Leben geht weiter, du kannst alles heilen, ja, kriege alles hin, die Welt wird nicht untergehen, keep on going. Gibt es bestimmte Routinen oder, ich weiß nicht, Seminare, Kurse, Gruppen, die dich deshalb lernen lassen, entspannter zu sein oder entspannter mit diesen Business-Stresses umzugehen? Ich bin, das werden jetzt die Leute auch aus meiner EEO, also Entrepreneurs-Organisation, wo du ja auch drin bist, nicht so gerne hören, aber ich bin ja eigentlich kein Fan von diesem einen Ding oder diesem einen Seminar und diesem einen irgendwas. Ich bin eigentlich immer sehr gut gefahren mit dem Mindset, ich kann von jedem Menschen was lernen und wenn es der, wir waren gerade ja, WeWork, der Empfangspersona WeWork ist, weil der oder die macht bestimmt auch irgendwelche super interessanten Sachen, hat einen tollen Mindset und irgendwas und so, kann ich irgendwas mitnehmen und das, wenn du so durchs Leben läufst, dann reflektierst du konstant, muss immer aufpassen, also nicht over-reflecting und irgendwie alles, aber ich bin zumindest immer mit offenem Auge und offenem Ohr, dass ich von jedem irgendwas mitnehmen und lernen kann. Und dann guckst du so spezifisch drauf, also wenn du, keine Ahnung, du gehst in irgendein Meeting, du lernst irgendeine Person kennen, du primest dich oder musst dich vielleicht gar nicht mehr drauf crimen, weil du es schon so oft gemacht hast, was Positives von dieser Person für dich selbst abschneiden zu können. Oder es kann was Negatives sein, ich bin in einem Meeting, also ja, und ich bin in einem Meeting drin und der, hier, Meeting, irgendwie, dass der, 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 der Gesellschafter, Geschäftsführer, ja, und der schreit mal vor allen im Meeting seine Mitarbeiter zusammen. Ist ja auch ein schönes Learning, ja, das mache ich nicht, so will ich nicht sein, ja. Und, auf der anderen Seite, aber auch, das habe ich auch schon mal erlebt in einem Meeting, dann sagt er, dann beschimpfen die es gegenseitig. Ja, aber alle happy damit und finden es total toll, dass das so ist. Auch ein schönes Beispiel davon, wie kannst du auch eine Beziehung dann irgendwie leben mit deinem Team, etc. also ich versuche einfach mit offenem Auge da dran zu gehen und mir jetzt anzuschauen, würde ich das so für mich wollen, glaube ich, dass mir das in meiner Situation hilft, bringt mich das weiter oder nicht. Und da habe ich letzte Woche einen ganz, ganz tollen Satz gehört, den würde ich jetzt auch gerne, den finde ich einfach klasse. If you want to 10x your company, you need to 10x your mind. Und jetzt unabhängig von 10x your company, weil nicht jeder muss ein Unicorn bauen, aber 10x your mind. Und dazu gehört, was will ich, was ist mir wichtig, was kann ich? Und das ist nicht Gen Z, was zumindest jetzt immer auch in den Zeitungen geht, ich muss einfach nur 30 Stunden arbeiten oder eine Teilzeit und alles andere ist ja eh Lebensverschwendung. Du kannst auch Spaß am Arbeiten haben. Oder gestern habe ich mich mit einer Gründerin unterhalten, die hat gesagt, ja, und da sind Frauen und Frauen müssen noch mehr Geld verdienen, die müssen dann hingehen und nur weil sie eine gute Beziehung mit ihrem Chef haben, trauen sie sich nicht, nach mehr Geld zu fragen und so weiter und so fort. Ja, und es ist doch scheißegal, ob die sich gut verstehen. Und ich sage, Moment, glaube ich nicht. Wenn sie gerne mehr Geld hätten und dafür denen die Beziehung egal wäre, okay, oder es darf auch nicht sein, dass die Beziehung darunter leid, dass sie mehr Geld will. Aber du hast mal rausgenommen, aber vielleicht ist sie einfach viel wichtiger, dass sie eine tolle Beziehung mit dem Chef hat. Und wenn das ihr noch wichtiger ist, warum sollen wir sie dann drauf primen, dass sie mehr Geld will? Oder umgekehrt, wenn man sagt, mir ist meine Beziehung total egal, zu meinem Chef oder zu jemandem auch immer, mir geht es nur um Geld, ich bin ein Söldner, auch okay. Wenn du es weißt, dann kannst du danach auch handeln. Ja, und der andere gegenüber auch. Aber es gibt kein One-Size-Fits-All und es gibt tatsächlich dieses, ich will, oder die Leute müssen wissen, was will ich, was ist mir wichtig, wonach strebe ich, was macht mich glücklich? Weil, wenn man mal einen Strich drunter macht, sterben werden wir alle. Wie hat der ja gesagt, der reichst am Friedhof sein, ist mir egal, bringt mir nichts. Oder möglichst viele oder wenige Leute an meinem Grab reden, halten haben, ist auch egal. Bist du glücklich gewesen? Wenn du dann da sitzt und stirbst oder auf dem Sterbebett liegst und du sagst, habe ich ein geiles Leben gehabt oder nicht? Ja. War ich glücklich? Und das vergessen zu viele Leute und nehmen sich links und rechts das, was sie glauben. Ich muss mehr Verantwortung, mehr Budget oder neuen Titel oder ich muss x gereist sein oder x Geld verdienen. So egal. So egal. Ich bin ultra happy, dass du das gerade sagst. Das erinnert mich an den eigentlichen Grund, warum ich gerade das mache, was ich jetzt mache und mit dir hier in einem Bulli sitze und einen Podcast aufnehme, weil mal vor drei Jahren meine Oma gestorben ist und sie der erste Mensch war, den ich beim Sterben begleiten durfte. Ich sage bewusst durfte, weil es echt eine krasse Erfahrung war und es war mir ein krasser Spiegel, dass ich vielleicht irgendwann mal mit 85 plus Holzklopfen hoffentlich auch mal auf so einer Sterbebarre liege und mir überlege, habe ich das gemacht, was mich wirklich happy gemacht hat im Leben und nicht nur das, jetzt auf Gründe übertragen, was sich auf Gründerszene, Handelsblatt und so weiter gut liest. Und es wäre eine relativ einfache Entscheidung gewesen, direkt das Nächste zu gründen, weil man hat ja irgendwie das Gefühl, man kann es jetzt nach einem Verkauf, man kennt jetzt ein paar Leute, zwei, drei Euro sind auf dem Konto, also sofort das Nächste angehen und irgendwie an die Börse bringen. Aber stattdessen in ein neues Game einzusteigen, weil jetzt in meinem Fall ins YouTube Creator Game einzusteigen, wo ich früher Geschäftsführer und Gründer war und an Messen rumgelaufen bin und jeder irgendwie diese Litze-Schütze erkannt hat und nachher auf YouTube einfach ein Video 16 Views hat, wofür du sechs Tage gearbeitet hast, ist halt ein harter Mindfuck, aber ist eine schöne neue Journey auf etwas, worauf ich wirklich Lust hatte, was irgendwie Bock gemacht hat. Und es war für mich, es war jetzt keine spirituelle Erkenntnis, aber es war ein großer Reifeprozess oder eine große Reflexion, die nachher in eine Entscheidung gemündet hat, die ich jetzt heute mega, mega geil finde und die ich heute cool finde. Was war für dich jetzt neben dem Gedanken, ich gehe in Gespräche oder allgemein in Interaktion mit Menschen, mit dem Blick, was kann ich von der lernen? Eine andere oder eine ebenso relevante, vielleicht spirituelle Erkenntnis oder welche Erkenntnis auch immer? Also ich glaube für mich, alles overarching ist immer diese Frage, das was treibt einen selbst an, was macht einen glücklich, was ist so das Ziel? Ich glaube, da fällt alles drunter und alles andere kannst du drunter einkategorisieren. Ich habe vielleicht als Beispiel, ich habe immer, ich bin einmal im Jahr, als ich noch irgendwie, gerade als Student war, meine Eltern sind immer nach Mallorca, irgendwie dann Urlaub gefahren, in einem Hotel und ich durfte dann, ich bin dann ein paar Tage dazugeflogen, als Student freust du dich, wenn du da irgendwie kein Geld ausgeben musst. Ich war dann neben mir zum Abendessen, war ich immer dabei und den Rest des Tages war ich woanders und ich saß ganz, ganz viel, es gibt diesen Ort noch, da war so ein Fleckchen, eine Bank, an der saß ich immer tagelang. Ich hatte so ein kleines Büchlein und habe eigentlich immer einen Soll-Ist-Abgleich gemacht. Mit mir selbst. Ich bin mit mir selbst ins Gericht gegangen und habe gesagt, wie will ich eigentlich sein und wie bin ich gerade? Und es war nicht immer schön. Also das wirklich in so einem Büchlein, so eine Tabelle gemacht, Soll-Ist-So strukturiert war ich damals nicht. So strukturiert war ich damals nicht. Ich wüsste mir nochmal raus, ein kleines schwarz-rotes Büchlein. Ich habe tatsächlich gefragt, mich selbst gefragt, wie will ich eigentlich sein als Mensch und was glaube ich, was dem andere war? Was kriege ich gespiegelt? Und ich finde ja, das fehlt ganz vielen Menschen, leider dieses Fremdbild-Selbstbild. Ganz oft auch leider bei Mitarbeitern. Ich will ja eigentlich hier CEO. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was du da machen musst? Weißt du, wie viele meiner letzten Urlaube ich wirklich Urlaub hatte und mein Handy ausgemacht habe oder wie viel davon ich gearbeitet habe? Weißt du? Ja und das ist halt so ein Thema und ich habe damals auch, ich war einfach echt super arrogant rübergekommen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss den Leuten zeigen, wie toll ich bin, wie schlau ich bin und so weiter. Er hatte immer dieses Bedürfnis danach und ich habe jedes Jahr dann mich selbst gefragt, bin ich da besser geworden? Dass ich das nicht mehr brauche, dass ich keine Bestätigung mehr davon brauche, sondern für mich selbst genug bin. Und das würde, glaube ich, diese harte Abgleich, Fremdbild-Selbstbild, dieses, was will ich eigentlich sein und wo bin ich eigentlich gerade, wo stehe ich gerade, würde jedem Menschen gut tun und es tut sauer weh und es ist nicht leicht, nicht jeder mag Feedback, nicht jeder mag ehrliches Feedback und kritisch ist es schon gleich gar nicht, aber nur so kommst du eigentlich dann zu diesem Punkt und den meisten Menschen fehlt dann leider dieses Selbstbewusstsein, das zu machen, weil das erfordert ja auch Selbstbewusstsein, dass du dir auch mal sagst, Scheiße, ich bin gerade einfach ein Arschloch. Das war gerade einfach beschissen. Ja, ich war gerade einfach ein Arscher und ich war auch manchmal ein Arscher und ich würde mich vor 15 Jahren, bin ich auch so, ja, an manchen Stellen, den Flo besser bei mir. Den Flo vor 15 Jahren, weiß ich nicht, ob ich den jetzt irgendwie da so cool fände oder jetzt du, ob du mich vor 15 Jahren cool gefunden hättest, aber es hat alles mich dazu gebracht, dass ich da hingekommen bin und das kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und dann sind wir auch wieder beim Punkt Authentizität. Warum auch, ich würde behaupten, die Leute in meiner Firma sagen, sie mögen mich und sie mögen das, was ich mit diesem Unternehmen mache, etc. ist mein Herz. Ich bringe mein Herz dort rein und öffne das und ich zeige mich verletzlich, ich sage, wenn ich Fehler mache, ich sage aber auch, wenn was scheiße ist und wenn andere Leute was scheiße waren, dann sage ich es ohne, dass ich damit sage, du bist scheiße. Genauso können wir es auch zu mir sagen und ich bin halt einfach ein, ich bin halt einfach da ein ehrlicher Typ mit gewissen, trotzdem, sagen wir Grundregeln, des Gentleman-Daseins, dass du nicht, wie manche Gründer, dann einfach da die Leute zusammenschreist und weil du ehrlich sein willst, aber das ist so ein Kern von dem, was, glaube ich, Leute ausmacht, Authentizität, dann können sie ihr bestes Ich sein. Die meisten Leute wissen gar nicht, was ist ihr authentisches Bild, wie wollen sie sein? Ja. Ich merke gerade, dass wir noch zwei Stunden weitermachen können, aber ich würde das Gespräch gerne, weil du gerade auch so ein mutiges Beispiel genannt hast, von ich sage Leuten auch einfach, wenn mir etwas nicht passt und halte es nicht zurück aufgrund eines Ammoniebedürfnisses, würde ich gerne auf so zwei, drei teuflische Fragen beleiten, nämlich dafür fehlt dir nicht der Mut, das machst du, das kannst du, aber wozu fehlt dir einfach oder schlicht der Mut? Ich glaube, es klingt toll, dass ich alle kritischen Gespräche immer sofort sage, aber es stimmt natürlich nicht. Es gibt auch manche Gespräche, die fallen mir wahnsinnig schwer. Je wichtiger mir der Mensch ist oder je mehr ich die menschliche Seite sehe, je emotional näher ich bin, desto schwieriger wird es. Und das ist das, da bin ich dann nicht gut drin, weil da habe ich keine Emotionaldistanz. Das ist der Nachteil, wenn du viel Herz in was reinbringst, dann fehlte dir die Emotionaldistanz und ich habe meine besten Entscheidungen fairerweise in meinem Leben getroffen, wenn es mir egal war. Deswegen, da bin ich in vielen Dingen gut, aber dann die letzten zehn Prozent der Themen, wenn ich emotional doch noch sehr nah dran bin, das fällt mir sehr schwer. Wann hattest du das letzte Mal Panik? Also ich glaube, ich habe einen schönen Moment, wo ich Panik hatte, weil Panik ist schon eine sehr starke Emotion. Ich bin mal mit einem Tiger spazieren gegangen. Mit einem Tiger? Also ein richtiger Tiger? Ein richtiger Tiger. Ich hatte mal einem Freund erzählt, der fragte mich, was wünschst du dir denn? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, von wegen, oh, nervt mich nicht, ja, ich will einen Tiger haben. Ja, als Haustier. War gerade auch, glaube ich, Hangover, der Film draußen und so weiter. Und der hat sich, der ist auch ein Ex-McKinsey, der schlauer Typ, der hat sich gesagt, mein Freund, ja, dich kriege ich. Und dann hat der das gegoogelt und da habe ich tatsächlich zum Geburtstag was geschenkt bekommen. Ein Tiger Walk. Eine Tiger Audienz. Und da gab es einen, da gab es einen Filmtierpark in der Nähe von Hannover. Und da kriegst du eine Tiger Audienz. Und da gibt es halt einen Tiger, der, die werden halt dort in Anführungszeichen interessiert für halt Filme. Deswegen müssen die ja so ein bisschen mit Menschen umgehen können. Und bei dem hat die Audienz. Die haben uns übrigens danach eingestellt, was zu gefährlich ist. Das hat er mir auch gesagt, ja, ja, ist schön, dass Sie es jetzt noch machen, weil das wird im Nächsten eingestellt. Das ist viel zu gefährlich. Ich habe gesagt, mh. So, dann hat er mich da hingesetzt und dann hat er so, ja, der Tiger kommt gleich rein. Und dann saß ich auf so einem Plateau. Da kam dieser Tiger, da haben sie dann reingeführt. Und ich sehe nur dieses Riesentier. Und so ein Tiger ist halt schon auch so ein majestätisches, aber auch, also brutales Tier. Und das ist halt, dann kommt der auf mich zu und der lief dann auf dieser Empore mir entgegen und rannte auf mich zu. Und ich sitze da, da hatte ich Panik. Ja, und dann hat er auch noch, dann habe ich dem auch eine Flasche zum Füttern gegeben. Und dann hat er, dann habe ich so gedacht, okay, jetzt, der hält gerade still. Da hat er seine riesige Tatze auf meinen Oberschenkel draufgepackt. Und dann habe ich so, okay, puh, was macht er jetzt? Und dann habe ich gesehen, oh, die Flasche wird irgendwann der Scheiß, was mache ich denn jetzt? Ja, oder was? Und also, alles da. Ich bin dann auch mit dem später noch durch den Zoo spazieren, da waren auch andere Menschen und ich laufe mit dem an der Leine. Und dann sagt der Tierpfleger, ja, ab und zu, wenn er mal hier ausbüchsen will, dann zieh einfach mal. Ich sage, ja, schlag, ich ziehe natürlich. Habe ich auch gemacht, aber da habe ich so oft drüber nachgedacht, ich breche jetzt ab, ich breche jetzt wirklich ab. Da hatte ich Panik. Und letzte Teufelsfrage, wer hat unter deinem oder unter eurem Erfolg am meisten gelitten? Die Wettbewerber. Geil, I love it. Mega. Liebe Flo, das war ein richtig krasses Gespräch. Also ich habe mich so oft wiedergefunden. Ich stelle meistens zum Abschluss die Frage, was würdest du auf ein großes Plakat in der Stadt, in der wir gerade wohnen, Frankfurt, schreiben, das ganz viele Menschen lesen würden, aber ich würde es noch weiter öffnen, wenn du die Deutschland- oder Dachgründeraufmerksamkeit hättest, Unternehmeraufmerksamkeit, was würdest du sagen, was würdest du mitgeben wollen? So ein Plakat passt eigentlich so viel. Ich würde vor allem sehr viel für Achtsamkeit und Dankbarkeit werben, weil das so mächtig ist und es klingt wieder super esoterisch und ich bin überhaupt gar nicht der esoterische Typ, aber alles in allem diese Begriffe passen eigentlich einfach so dazu, weil wenn du positiv bist, wenn du dankbar bist, wenn du auf die Dinge achtest, dann bist du ein so viel besserer Manager, so viel besserer Gründer, so viel besserer Mensch, bist so viel glücklicher und dieses alles vereint. Du bist als Unternehmer in so einem Nukleus, wo du auf so viele Menschen Einfluss hast, dass es so wertvoll ist und so mächtig ist, wenn du mit dir selbst im Reihen bist, wenn du positiver Energieausschuss hat das einen Multiplikator-Effekt, der ist Wahnsinn. Deswegen wir Gründer, wir verändern, wir können viel verändern. Ich würde es nicht größer machen, als wir sind, aber wir haben so einen Einfluss auf andere Menschen um uns herum, auf unser Umfeld, die alle gerade auch in der Erfindungsphase sind. Startups sind oft junge Menschen, die irgendwelche Sachen lernen wollen, die zu Leuten hinschauen. Wir haben so viel Einfluss, die müssen wir ordentlich nutzen und da sind Beispiele, auch wie sie wieder in der Presse sind oder Sonstiges, die Gründer, die halt irgendwie die schwarzen Schafe sind und nur auf sich selbst optimieren und was auch immer. Das tut mir dann immer so weh, weil ich mir denke, ihr verschwendet dieses positive Potenzial, was ihr habt. Macht das nicht, seid achtsam, seid dankbar, ohne dass ihr jetzt euch nur bücken müsst für andere und buckeln, aber nutzt diese Macht, die ihr habt, dass ihr anderen Leuten was Gutes tun könnt und achtet auf euch selbst und bewegt was Positives. Will ich genau so stehen lassen. Ich kann ein bisschen Gänsehaut, ehrlicherweise, weil du dir beim Pitchen, wenn du dir zuhörst. Ich will es gar nicht ergänzen. Es ist einfach genauso stehen. Flo, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses mega Gespräch. Ich habe mir richtig, richtig Laune gemacht. Gleichfalls. Es war echt mega, mega geil, wenn es auch euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like hier auf der Folge, schreibt gerne auch einen Kommentar mit Feedback oder Kritik und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald in der nächsten Folge vom Startup-Schlaub-Podcast. Bis dahin, Servus.